Kettimo Mitchell, seid so leidig, ja? Kettimo Mitchell! Was geht, hier ist Alpagan, aka der Meister aller Klassen, hier für Mo, mein Freund, am 27. April, sein Album MMS, Mo Mitchell. Da hast du ja mehr gehst. Hey! Wo willst du hin? Weg von der Kamera! Ah, okay. Den kriegen wir noch, den kriegen wir noch. Yo, was geht ab? Mein Name ist Lars Unlimited und wir sind hier bei der Liga der außergewöhnlichen MCs Tour. Und hey, ich muss ganz kurz was mitteilen, und zwar Mo Mitchell bringt sein erstes Album raus. Und zwar am 27. April kommt das MMS Album. Ihr habt lange drauf gewartet. Ich hab schon ein paar Tracks gehört. Es ist mies! Und ganz wichtig ist auch, kommt auf die Tour. We Got Soul Tour, Mo, Nico Swape und Ken Kinay sind auf Tour. Wenn ihr da nicht hingeht, dann seid ihr selber schuld. Mein Name ist Lars Unlimited. Peace! Mo Mitchell Album kommt jetzt! Kommt die Tage raus! Der schönste Sänger in Deutschland! Ding совzexhales EHH VW NSUF zombies Dich 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 so Was wants so... Das Social? Das ist die Kamera, ich m Ök'sha! Ey, verpest dich, Digga, ich denk immer mal mit, ne? Soll ich jetzt die Werbung machen, oder was? Ja, du mal, ich hol mir jetzt einen Album an, 27.4. MMS, was ist? Verpest dich, seck dir da mal. Verpest dich. Hallo, hallo, mein Name ist Ku Savasch, wir sind hier in Nürnberg bei der Liga der außergewöhnlichen MCs. Das Wichtigste ist, Mo Mitchell ist dabei und 27.4. kommt das Mo Mitchell Album MMS. Holt euch das, dreht darauf durch und fühlt den Song. Wir haben auf jeden Fall unsere Seele auf Platte gebracht. Yes! Das Wichtigste ist, Mo Mitchell Album MMS.